Deutschland ist Weltmeister! Ja, Deutschland ist Weltmeister! Aber warte mal, da war doch... wo war eigentlich der Weltmokal? Ich hab da mehr diesen Fotografen gesehen, oder? Du bist immer auf der Suche nach richtig geilen Fotomotiven und hast dabei ganz, ganz schnell schon die populärsten Sehenswürdigkeiten gefunden? Ja, da hast du vollkommen recht! Demnach möchtest du also weniger bekannte Orte fotografieren bzw. ablichten, um halt viel geilere Locations in deinem Portfolio zu haben. Wer möchte das nicht? Dann hab ich jetzt auf jeden Fall genau das Richtige für dich! Und zwar... Und zwar nennt sich das Ganze 22 Places und das ist ein Guide, der weltweit die schönsten Fotolocations in einem Verzeichnis zusammenfassen möchte. Das wiederum bedeutet auf jeden Fall für dich, dass du die Möglichkeit bekommst, die schönsten Orte zu fotografieren, die du vorher noch nie gesehen hast. Bei 22 Places ist auf jeden Fall eine Registrierung erforderlich, die wiederum aber kostenlos ist. Und das bedeutet natürlich aber auch, dass du als kostenloses Mitglied, als kostenloses Mitglied klingt schon wieder sehr, sehr geil, auf jeden Fall kannst du dort auch deine eigenen Fotolocations anlegen. Über die vorne Kartenfunktion ist es auf jeden Fall jedem Fotografen sehr, sehr leicht gemacht, in der eigenen Nähe geile Locations zu finden, aber auch natürlich weltweit. Zudem gibt es wirklich zu jeder Location eine allgemeine Beschreibung, Fotos und natürlich auch Tipps und Tricks, was man am besten zu beachten hat, wie zum Beispiel den Standort oder zu welcher Uhrzeit man an der Location am besten da ist. 22 Places richtet sich auf jeden Fall an Hobbyfotografen, aber auch an professionelle Fotografen. Zudem dient es nicht nur als Übersicht zu den verschiedenen Locations, sondern auch als Inspirationsquelle für Reisende. Somit findest du auf jeden Fall exotische Schauplätze am Ende der Welt, aber eventuell nicht am Ende der Welt, sondern sogar neben deiner Haustür, die ganz verborgen sind. Man weiß ja nie, was sich da so alles vorfinden lässt. Auf jeden Fall vereint 22 Places alles auf der eigenen Plattform. Das heißt, jede Location ist auffällbar, sofern sie natürlich einen Fotograf reingestellt hat. Und wenn du jetzt wissen willst, wie die Seite eigentlich aussieht, dann gibt es unten in der Videobeschreibung natürlich den passenden Link. Am vergangenen Montag hat der Bund einen Fotowettbewerb ausgerufen. Was? Ja, der Bund hat einen Fotowettbewerb ausgerufen. Und das Ganze nennt sich Fluss, Natur und Mensch. Und dabei will der Bund nicht nur auf die biologische Vielfalt eines Flusses hinweisen, nein, zudem will er die Bedeutung eines Flusses im menschlichen Alltag sehr, sehr stark hervorheben. Flüsse und ihre Haun sind die natürlichen Überschwemmungsgebiete eines Flusses. Sie sind die Lebensader in unserer Landschaft. Sofern es intakte Flusslandschaften gibt, gibt es natürlich auch unzählige Pflanzen und Tierarten. Und nicht zu vergessen ist dabei, dass die Flussauen das Wasser reinigen oder aber auch Flut werden abhalten. Und natürlich zudem ist es auch sehr, sehr schön für den Menschen, weil er sich dort wunderbar erholen kann. Diese Dienstleistungen können aber nur noch ganz, ganz wenige Flussabschnitte erbringen. Denn der Großteil wurde natürlich schon durch Deiche begradigt oder aber auch die Uferboden betoniert, um natürlich Platz zu machen für Siedlungen. Mit dem Projekt Lebendiger Out für die Elbe will der Bund natürlich da entgegenblüben. Zudem stehen zahlreiche Partner zur Verfügung, die dabei helfen, Auwälder zu erschaffen. Das Ganze soll natürlich dazu führen, dass Flächen angekauft werden oder aber alte Deiche aufgerissen werden. Zudem wird das alles gefördert. Wie, das wird gefördert. Für sowas hat der Bund Geld? Natürlich hat der Bund dafür Geld. Warum auch nicht? Das Geld kommt diesmal von dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Ah ja, aber wo ist jetzt der Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb? Da stellst du ja wie immer die passende Frage. Und zwar ist es natürlich sehr, sehr klar. Ich habe jetzt viel um den Hessischen Brei herum geredet, aber wir kommen jetzt mal wieder zurück zum Fotowettbewerb. Und hier will der Bund natürlich mit Fluss, Natur und Mensch nur eine schaffen. Und zwar die Verbindung zwischen den Flüssen und den Menschen, wie er herstellt. Hierfür hat der Bund natürlich eine eigene Website, die er stellt, wo die Teilnehmer ihre Bilder hochladen können. Und die Bilder sollten natürlich irgendwie mit dem Fluss zu tun haben. Das wiederum bedeutet auf jeden Fall Bilder von Paddeln, Bilder vom Angeln, Bilder vom Schwimmen oder, oder, oder. Aber natürlich sind auch reine Naturaufnahmen gekommen, denn die sollen wiederum die Schönheit der Wälde bzw. die Schönheit der Flüsse darstellen. Ja, das klingt ja jetzt schon mal ganz gut und gibt es auch was zu gewinnen. Ich meine immerhin heißt das ja Fotowettbewerb, oder? Ja, na sicher kannst du da was gewinnen. Und zwar die 20 ersten Einsendungen werden von einer 5-köpfigen Jury ausgezeichnet. Und die erhalten, also was heißt die erhalten? Auf jeden Fall haben die zwei Autorausrüster bereit erklärt, einen Gesamtwert von über 2000 Euro reinzustellen. Und der erste Platz kriegt ein 4 Meter langes 2,5 Personen Schlauchkajak geschenkt, wollte ich jetzt sagen. Nein, er gewinnt es natürlich. Das Ganze läuft bis zum 15. September 2014 und wer jetzt Bock hat, bei der ganzen Geschichte mitzumachen, um eventuell eines seiner geilsten Landschaftsbilder einzunennen, für den gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung den passenden Link, damit er natürlich auch bei dem Fotowettbewerb teilnehmen kann. Du hast doch sicherlich am letzten Sonntag vor dem Fernseher gesetzt, oder? Ja, was für eine doofe Frage, nein, sicher. Ja, okay, eigentlich hätte ich mir die Frage gerade wirklich klemmen können, aber die Frage musste gerade wirklich sein, denn am Sonntag gab es was zu sehen, was man selten im Fernsehen zu sehen bekommt. Ja, da hast du allerdings recht. Deutschland wurde nämlich Weltmeister. Auch da kann ich dir natürlich wieder nur zustimmen und es war wirklich grandios, dass Deutschland den Weltmeistertitel nach 24 Jahren wieder nach Deutschland geholt hat, aber das meine ich gar nicht. Okay, jetzt sprichst du ein Rätsel. Das kann doch für dich eigentlich gar nicht so schwer sein, denn wenn du das Spiel bis zum Ende geguckt hast, beziehungsweise alles, was nach dem Spiel passiert ist, dann hast du doch das größte Highlight ever gesehen. Das größte Highlight ever war bestimmt trotz alledem der Gewinn der Weltmeisterschaft. Mensch, ja, da ist sicher, klar, das ist vollkommen richtig, aber das ist nicht der springende Punkt, sondern wenn du genau hingeguckt hast, würde ich behaupten, habe ich mehr Paul Ripke gesehen als den Weltvokal. Denn wenn man sich so die folgenden Bilder betrachtet, dann sieht man auf jeden Fall, da ist Paul, da ist Paul, da ist Paul, da ist Paul und es ist schon ziemlich kurios, da er eigentlich auch fast jedem Bild mit drauf ist, beziehungsweise eigentlich grundsätzlich immer irgendwo da war, wo auch die Kamera gewesen ist. Es sind natürlich schon einige geile Bilder entstanden, auf denen Paul zu sehen ist, wobei das geilste Bild ist für mich immer noch dieses Bild hier, er vor den ganzen Fotografen, die eigentlich nur dieses Bild haben wollen und er sitzt wirklich, beziehungsweise kniet vor dieser Gesamtschaft der Fotografen und darf als einziger natürlich weiter vorne sein, um die deutsche Nationalmannschaft abzulichten, während sie in der Front den Weltmeisterschaftspokal haben. Auf jeden Fall, krasse Aktion von Paul, sich auf jedes Bild hineinzuschmuggeln und somit mehr zu sehen zu sein als der Vokal selbst. Jetzt wieder unbedingt natürlich gespannt auf die Bilder, die Paul dort gemacht hat. Also ich kann es kaum erwarten, Paul, pack bitte die Bilder sofort, beziehungsweise sehr, sehr schnell auf deinen Blog. Ich bin sehr, sehr gespannt und wer den Blog von Paul noch nicht kennt, für den gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung den passenden Link. Ja, der Paul ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Typ und fett Respekt dafür, dass du dabei gewesen bist und wahrscheinlich richtig geile Bilder gemacht hast. Deswegen warte nicht so lange und poste die Bilder bitte so schnell wie möglich auf deinen Blog. Und wenn du Videos gemacht haben solltest, dann mach doch einfach ein Sommermärchen 2. Wir werden eine ganz, ganz krasse Idee und ich würde dich sehr, sehr bevorzugen und sehr, sehr geil finden. Wenn dir jetzt mein Video gefallen hat, dann gib mir doch den Daumen nach oben, abonnier meinen Kanal und dann geht es hier zur letzten Fotos mit den Canon Release 7D Mark II, Benjamin Jaworski's Meet & Greet, Fotokunstfreitag, das 365 Tage Projekt und die Pentax 645Z. Und hier drunter geht es zu meinen letzten Tipps und zwar Tipps, wie du am besten im Regen Fotos machen kannst. Bis zum nächsten Mal.